Wir sind zurück bei Let's Play Tales of Caesarea. Hinter uns, wie ihr sehen könnt, befindet sich Edna. Man könnte schon sagen, eine Erdgöttin, wenn ich das so sagen darf. Jemand, die sich mit Erdatributen auseinandergesetzt hat. Eine begnadete Person. Edna! Was ist das? Ja, es war das wenigstens, was ich habe getan. Huh. Edna. Enough. Ich bin nicht egal, wie gefährlich es ist. Ich bin nicht zu gehen. Okay. Dann gehen wir zusammen, und finden eine Art Weg zu retten. Ich habe nicht schon gesagt, dass es keine Art Weg gibt. Ich bin nicht so sicher. Hm? Die Seraphim, die Shepherds, die Dragons, die wirklich existiert haben. Es gibt noch so viele Legends, die noch nicht in dieser Welt sind. Da muss ich ein Weg sein, um die Dragons zu purieren, irgendwoher zu finden. Da muss ich ein Weg sein, um den richtigen Person zu finden. Da geht es wieder. Nicht jetzt. Du bist mir zu glauben, das? Ja. Kannst du uns eine Chance geben? Okay, Zoray. Du gewinigst. Ich gehe mit dir. Wunderschöne. Wunderschöne. Aber lass uns klar, Huh? Wenn du wirklich wollte mich mit dir nehmen, du sollten mir einfach nur schiefst und schiefst. Let's go hunt Legends, meine Frau. Mein noble Herz würde nicht deceive thee. Das war ein paar Jahre altes Jahre altes Jahren. Ich... Ich glaube nicht, ich war... Sury's never been in fashion Okay, Lila, make me your sub-lord Wait a minute, I didn't mean for you to... You're the one that invited me, aren't you? Yes, but still And in any case, if I'm supposed to leave here, I need to be transferred into a new vessel If not, I'll be corrupted by Malevolence Or didn't you think about that? Well Academy Valedictorian, this one Come on, Lila Are you really okay with this? You were just telling us how much you hate humans I do hate humans But I guess this one's pretty okay Thank you, Edna Promise me something Promise me that we'll find some way to save Aizen Together Oh, ye born of firmest resolve Here let our pact be forged That my unquavering incandescence may be as thy purification Shouldst thou accept this burden, recite aloud your name Have seen you and Have seen you and Use this Edna Edna, you were already carrying a divine artifact to serve as your vessel? Looks like we've been had, Sarei I never did understand girls Now then, take me with you To the outside world You got it Here we go, Edna Seraphim-Wechsel Seraphim-Wechsel Ja, das kennen wir mittlerweile Wie man hier im Seraphim wechselt Ja, und freut mich, dass du mal hier wieder eingeschaltet hast Bei einer weiteren Episode Von Let's Play Tales of Zestiria Super Jetzt können wir schnell nach unten Meine Güte, meine Güte Hier haben wir so viel erlebt in der letzten Episode Das war der Wahnsinn Und wir sind vor einem Drachen geflüchtet Das war eine haarige Episode Hey, you, Waterboy You got a name? Miklio, not Waterboy Miklio, not Waterboy? That's a new one Call me what you like See if I care Okay, Meibo It's Miklio, alright? Miklio! If you say so Well, I see who runs this household Yep Whoa, what? Since when was this a household? Yeah Can you guys not practice your comedy routines inside my head? Zwei Frauen und ein Mann Ob das gut geht? Die Feminin hat Übermacht bekommen Beziehungsweise das weibliche Geschlecht hier An dieser Stelle Ist lustig, ne? Wie alle jetzt in uns inkarniert sind Und das nur, um die Bösen zu bezwingen Und jetzt sollen wir hier weiter Was zum Teufel Okay Kein Problem Wenn du kämpfen willst Stark ist sie Stark ist sie auf jeden Fall Okay Okay, wir sollen abhauen Tobias Let's just get out alive Huh? She's not gonna come after us? It appears that their relationship hasn't been properly formalized That's why it's causing her to have a negative reaction Oh my That's Dizzle Do you know of him? He lives the life of a vagabond I heard he had taken a liking to a particularly fearsome band of traveling mercenaries Why is he with the assassins? I suppose something happened to the mercenaries There must be a story behind it You don't just join up with a bunch of assassins for no reason I'm surprised he hasn't become a hellion by now Hooking up with an assassins guild There was no malevolence at all coming from that assassin No way No malevolence will fester among those who are pure and clean of heart That assassin was exactly like you, Sarei A pure and clean of heart assassin? Really? They make those? Apparently What's wrong? So It doesn't matter if I'm real or fake, huh? Then I guess this is what you meant by me taking on the burden of the shepherd Yep Don't fool yourself Humans don't think for a moment about how you feel But what do you expect? They're humans She's right, I'm afraid You'll have to learn to deal with it Well, good thing you're pretty tough to begin with My wish Oh man, oh man, oh man Was war das? Also ich glaube Man lernt hier schon Die Mentalität zwischen den Menschen und der Seraphim gut kennen Das Leben ist auf jeden Fall nicht einfach hier Schon gar nicht die Lebensbedingungen hier einiger Menschen Und unten soll jetzt sogar die Brücke repariert werden oder so Das sollen wir gewährleisten Das machen wir jetzt kurz Und dieser blöde Adler nervt mich hier gerade Still don't think you can help us out? The shepherd can command the Seraphim at will, isn't that right? Do whatever you want No, you're not a tool for me to use If you really don't want to help, I'll find some other way I see You like to guilt trip a girl into making the first move What? Siree, maintain your purity I knew she was messed up, but Man, if you guys aren't the dullest crew of fuddy-duddies ever assembled I was going to help you from the get-go anyway Dann nichts weh los Zwielichtige Angelegenheit Aber ich glaube, wir haben es glaube ich Glaube ich noch mal zum dritten Mal Endlich geschafft So, dann reden wir mal Mit unserem Opa hier Lord Soray, es ist ein Freude zu sehen, dich wieder zu sehen. Gleichfalls. Wie sieht alles aus? Well, es gibt noch keine Ahnung, wann die Brücke wird geholfen. Okay, dann werde ich es so, dass die Brücke sich verabschiedet wird. Was genau das enthält? Entschuldigung, aber ich bin ein bisschen confused, Lord Soray. In any case, I shall summon Lady Alicia. Please, wait here a moment. Wait a minute, you're going to do this right away? Yeah, I want to cheer them up as soon as possible. But... Don't you know what humans will think about you if you demonstrate power that transcends their simple understanding? I do, indeed. Huh, well, okay. Suit yourself. Maybe you like being treated like a monster. It's your call. I won't stop you. But think carefully about who stands to lose the most from what they're warning you about. Right. Na gut, dann wollen wir mal sehen. Das Fundament der Brücke sofort aufbauen. Das werden wir sofort tun. Ich sehe da jetzt gerade nicht die ganzen Nachteile dahinter. Kann ich da irgendwas befürchten? Ich glaube nicht. Ich mache es. Ich mache es. Ich mache es. All right. It's time to do this. Scheiße. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR What on earth? What on earth just happened? What the hell was that? No human could have done this. Um, think this will do it? Can you folks repair the bridge now? Of course we can. Isn't that right, everyone? Mr. Nath, can I leave you in charge of rebuilding this bridge? Of course. These are all very skilled workers. I expect they will have it done in no time. Everyone, let's all get to work. Right, okay. Shepard! Gentle Shepard, how can I ever thank you? Ah, there's no need for that. But I must. Thank you so much for everything you have done for us. So there are those that understand. Yes. Nath, might we take some medicine from you? We are actually heading over to Marlin from here. Would it be faster for us to deliver it? Can I ask such a thing of you? Yeah. Thank you. I am in your debt once more. Sirei, am I able to cross the river with you? Of course. If it's just you, you've already made the Squire's Pact. Good luck. Pestmedicine erhalten. Und wir haben es geschafft. Und jetzt schnell wie rüber. Jetzt können wir interessanterweise direkt hier speichern. Das ist gut. Machen wir. Ja, komm, komm, komm. Oh, Wacke, oh Wacke, oh Wacke. Einmal kurz Map öffnen, um zu schauen, wo lang wir gehen müssen. Geh nach Marlin, geh nach Marlin. Und ich habe das dumpfe Gefühl, wir müssen hier sogar durch die Ruinen. Weil hierhin ist ja nichts. Das muss es sein. Einen anderen Weg kann ich mir nicht vorstellen. Also hier unten lang. Und da hinten ist eine Truhe. Truhen liebe ich, ja. Truhen sind immer gut. Ich bin mit der Vorbereitung des Gummis fertig. Da kann man gleich was falsch verstehen. Haha. Oh mein Gott. Wir müssen einmal kämpfen. Ich bin bereit. Und Feuer. So, da hinten leuchtet jemand. Irgendjemand ist da verflucht. Kann das sein? Ein Arsgeier oder so. Moment mal. Das ist ein Falke, ne? Moment mal, komm. Wir greifen ihn mal an. Oh, was? Okay. Das ergibt keinen Sinn. Das ergibt keinen Sinn. Und tschüss. Der ist viel zu stark. Ja, das habe ich gerade gesehen. Der ist viel zu stark. Das ergibt wenig Sinn. Die sind hier schon overpowered, kann man sagen. Überall gibt es etwas. Ich könnte auch mal wieder was verkaufen gehen, ne? Machen wir dann sicherlich in Marlind oder so. Was ist hier? Vielleicht ist das Marlind. Eine dunkle Energie. Ist das wegen der Epidemik? Ich glaube, dass du nicht gut bist. Du bist nicht besonders gut. Nicht besonders. Miklio ist einfach nur über Klaue und Effekt. Oh nein. Dann wollen wir mal los. Faze-Attacke. Obwohl keine andere Möglichkeit hier. Boah, das macht so viel, der mit Schiff. Zuerst mal, dass wir hier die Erdfähigkeiten ausnutzen. Und Attacker. Ich verstehe nicht die soziale Hierarchie von Menschen. Sind es ein Hellion hier in der Stadt? Of course. Look how full of malevolence this place is. And that just now was a dog Hellion, wasn't it? Right. That was a Hellhound. The pathogen itself has assumed Hellion form. Hmm. The plague itself? Let's hurry to the sanctuary and deliver the medicine. Heiliger Böhmbam. Marland. Stadt des großen Baumes. Ja, liebe Freunde. Und ich glaube, wir sehen uns dann in der nächsten Episode. Hier bei Let's Play Tales of Cesteria. Vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Weil ich glaube, hier werden wir sehr, 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 sehr viel noch zu tun haben. Das ist hier nicht einfach.